So, herzlich willkommen zum ersten angewandten Modul in der Vorlesungsreihe Lärm- und Emissionsschutz. Nach den akustischen Grundlagen und begrifflichen Grundlagen aus dem ersten Teil geht es heute wirklich in den emissionsrechtlichen Teil fließend über. Wobei wir uns heute eine Regel angucken, eine Norm angucken, die mehr zur Orientierung und schnellen Planung geeignet ist, denn zur eigentlichen emissionsrechtlichen Nachweisführung. Aber dazu kommen wir gleich. Am besten schlagen Sie sich dazu auch im Arbeitsheft das entsprechende Kapitel auf, also B1, Städtebaulicher, Schallschutz oder Lärmschutz. Die DIN 18005 Teil 1 bei Blatt 1 liefert uns sogenannte Orientierungswerte. Bei diesen Werten handelt es sich nicht um gesetzliche Grenzwerte oder Richtwerte, wie wir sie später kennenlernen, sondern diese Werte dienen dazu, bei der Planung von Neubaugebieten mit schutzbedürftiger Nutzung oder für die Neuplanung von Flächen, die Schallemissionen verursachen und auf schutzbedürftige Nutzung einwirken können, dafür Orientierungswerte zu liefern, sodass diese Flächen und diese Lärmquellen schnell geplant werden können beziehungsweise die grundsätzliche Machbarkeit möglichst schnell abgeschätzt werden kann. Hierbei kann ich auf drei verschiedene Tabellen zurückgreifen, je nachdem was ich vorhabe. Und wir sehen hier die erste Tabelle aus der Norm, gucken wir uns mal an, was hier dargestellt ist. In Spalte 1 sehen wir den Emissionsort, also wo trifft der Schall auf? Da nochmal die Begrifflichkeit. Emission mit I geschrieben ist da, wo der Schall letzten Endes ankommt. Also nicht da, wo er entsteht, sondern da, wo ich etwas schützen möchte. Das heißt, wir sehen hier die verschiedenen Gebietszuweisungen, angefangen bei reiner Wohnbebauung, Wohngebiet, bis hin zur Kern- und Gewerbegebietsnutzung, also dem etwas abgeschwächteren Schutzziel. Dann sehen wir hier in den Spalten 2, 3 und 4 verschiedene Zeiträume, zum einen den Tagzeitraum, 6 Uhr bis 22 Uhr und den Nachtzeitraum, 22 Uhr bis 6 Uhr und zwei verschiedene Emissionsarten, also da, wo der Schall entsteht. Gucken wir uns dazu die Fußnote an. Emissionsart 1 gilt dann für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm, sowie Geräusche aus vergleichbaren öffentlichen Betrieben und Emissionsart 2 für alle anderen Lärmquellen. Was sind alle anderen Lärmquellen? Das ist zum Beispiel Straßenverkehrslärm. Das heißt, wenn ich jetzt mit dieser Tabelle arbeiten möchte, dann kann ich sagen, okay, die Orientierungswerte für die Beurteilungspegel, zum Beispiel, wenn ich ein reines Wohngebiet schützen möchte, liegt tags bei 50 dB und nachts bei 35 dB für Gewerbelärm und bei Straßenverkehrslärm bei 40 dB. Diese Werte aus der Tabelle brauche ich nämlich jetzt in den beiden nächsten Tabellen. Springen wir also da mal hin. Die nächste Tabelle, die beschäftigt sich jetzt mit Verkehrswegen, also wenn ich einen Verkehrsweg bauen möchte als Lärmquelle. Und jetzt kann ich aus dieser Tabelle Richtwerte für den erforderlichen Abstand ablesen. Das heißt, wenn ich jetzt möchte, ich springe nochmal zurück zu der Tabelle von eben. Ich möchte also neben einem, sagen wir, allgemeinen Wohngebiet, das nachts einen zulässigen Beurteilungspegel, einen Orientierungswert des Beurteilungspegels hat von, bei Verkehrswegen, 45 dB. Daneben möchte ich jetzt eine Landstraße zum Beispiel bauen. Dann kann ich in diese Tabelle reingehen und sagen, okay, ich will eine Landstraße bauen, neben einem allgemeinen Wohngebiet mit einem Orientierungswert, Beurteilungsorientierungswert von nachts 45 dB. Und dann lande ich hier letzten Endes bei einem erforderlichen, bei einem Richtwert für einen erforderlichen Abstand von 150 Metern. Das heißt, neben einem allgemeinen Wohngebiet, wenn ich da eine Landstraße bauen möchte, weiß ich aus dieser Tabelle, dass ich relativ problemlos planen kann, wenn ich einen Abstand von 150 Metern einhalte. Kann ich das nicht, dann muss ich weitere Maßnahmen ergreifen. Und die kann ich dann später mit den Verordnungen, die wir uns später anschauen, dann auch untersuchen. Also sowas wie einen lärmoptimierten Asphalt, eine Lärmschutzwand neben der Straße und dergleichen mehr. Das Ganze gilt unter den hier genannten Randbedingungen, also einer durchschnittlichen Frequentierung von 6000 Kraftfahrzeugen pro Tag und einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 bzw. 80. Der vordere Wert gilt für PKWs, der hintere dann für LKWs. Also mit dieser Tabelle kann ich den Richtwert für Abstände ablesen eines Verkehrswegs, den ich neu plane. Und das Gleiche kann ich dann auch machen für rechteckige Industrie- und Gewerbeflächen. Das hängt jetzt ab von der Größe des geplanten Gewerbegebiets. Und je nachdem, ob ich ein Industriegebiet plane oder ein Gewerbegebiet plane, die sind unterschiedlich laut. Also ein Industriegebiet hat zum Beispiel einen flächenbezogenen Schallleistungspegel von tags und nachts 65 dB, Schallleistungspegel. Begriff können Sie im ersten Kapitel nochmal nachgucken. Und ein Gewerbegebiet hat einen flächenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB. Und jetzt brauche ich auch wieder den zulässigen Beurteilungspegel aus der ersten Tabelle. Gehe ich also nochmal zurück. So, wenn ich also neben einem allgemeinen Wohngebiet ein Gewerbegebiet plane, dann habe ich einen Tag, zulässigen Tagwert von 55 und nachts von 40. 55 und 40. Gehen wir in die Tabelle Gewerbelärm nochmal rein. Also 55, 40. Jetzt gibt es hier nur 55, 50 oder 45, 40. Das heißt, ich muss in zwei Spalten nachgucken. Wenn ich also tatsächlich ein Gewerbegebiet tags und nachts betreibe, dann wird die Nacht maßgeblich. Schauen wir uns das an. Angenommen, ich plane ein Gewerbegebiet mit der Größe von 10 Hektar. Dann habe ich einen erforderlichen Abstand. Gewerbegebiet 40 dB nachts. Einen erforderlichen Abstand von 550 Metern. Wenn dieses Gewerbegebiet nur tagsüber emittiert, dann gilt der Tagwert. Auch hier, Achtung, Industriegebiet, Gewerbegebiet, 60 dB Industrie, Gewerbegebiet 55 dB. Das heißt, hier muss ich die 55 Tagwert einhalten. Das heißt, ich hätte tagsüber nur einen Abstand von 40 Metern gegenüber einem allgemeinen Wohngebiet zu einem Gewerbegebiet. Also ein sehr deutlicher Unterschied, dadurch kommend, dass ich natürlich nachts einen höheren Schutzanspruch habe. Das ist für die üblichen Lärmquellen. Jetzt gibt es eine besondere Lärmquelle, die wir uns gleich anschauen. Damit Sie das aber vertiefen können, hätte ich die Bitte oder ich habe Ihnen zwei Aufgaben genannt, bearbeiten Sie die doch bis zu unserem nächsten Treffen, eine oder beide. Und dann können wir über Ihre Ergebnisse und Erkenntnisse, Fragen letzten Endes gut diskutieren. Das können wir natürlich nur machen, wenn einer oder eine von Ihnen diese Aufgaben auch bearbeitet hat und sich daraus Fragen ergeben. Das heißt, ich werde die von mir aus sozusagen nicht thematisieren, es sei denn, Sie rechnen die tatsächlich durch oder betrachten das. Es geht hier weniger ums Rechnen als um eine Grobbetrachtung. Jetzt gibt es noch eine besondere Lärmquelle, das sind Windenergieanlagen, die immer besonders in der öffentlichen Diskussion stehen. Insofern gibt es auch da besondere Regelungen, die Sie hier nachlesen können. Wichtig ist für uns in dem Zusammenhang, dass es einen sogenannten Vorsorgeabstand gibt bei Windenergieanlagen. Und der wiederum ist geregelt im jeweiligen Windenergieerlass des jeweiligen Bundeslandes, wie hier zum Beispiel für Nordrhein-Westfalen. Auf diesen Windenergiebelass nehmen viele Bundesländer auch Bezug. Und da steht dann drin, dass aus Vorsorgegründen ein Mindestabstand von 1,5 Kilometern eingehalten werden soll, ohne weiteren Nachweis. Rechnet man diese Gebiete oder diese Anlagen genauer durch, könnte man auch kürzere Abstände ermöglichen. Da das Ganze aber politisch und in der öffentlichen Debatte steht, hat man sich geeinigt, dass diese Vorsorgeabstände möglichst eingehalten werden. Das führt jetzt dazu, dass Windenergieanlagen nicht überall gebaut werden können. Nicht überall da gebaut werden können, wo es vielleicht aus Windgründen und auch zur Erschließung Sinn machen würde. Deswegen ist dieser Abstand gerade in der politischen Diskussion. Das ist aber zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht abgeschlossen. Insofern mal diesen Vorsorgeabstand zugrunde zu legen. Lesen Sie sich das durch und auch da gibt es eine Aufgabe, die Sie machen können, um das zu vertiefen, um sich das auch zu veranschaulichen. Weil das eben auch immer sehr stark in der Öffentlichkeit steht, habe ich da ein Beispiel genommen, was auch in der Rhein-Zeitung zu lesen war. Ist zwar schon ein bisschen her, 2018, aber lässt sich übertragen auf sehr viele Fälle. Schauen Sie sich das an. Es geht letzten Endes um dieses Gebiet hier, zwischen diesen drei Gemeinden an der Mosel und bilden sich dazu einfach mal eine Meinung, basierend auf diesem Windenergieerlass. Und das letzte Thema dieses Moduls B1, städtebaulicher Lärmschutz, ist die sogenannte Lärmkontingentierung. Letzten Endes ist die Lärmkontingentierung nichts anderes, als dass ich einen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche bezogenen, möglichen oder zulässigen Schallleistungspegel, also ein Emissionskontingent, ausweise. Das heißt, ich plane ein neues Gewerbegebiet und möchte, dass jeder Quadratmeter gleich laut sein darf. Und wenn jeder Quadratmeter dieses Gewerbegebiets mit diesem Lärmkontingent beaufschlagt wird, werden die Richtwerte und Grenzwerte, die an schutzbedürftiger Bebauung im Umfeld dieses Gewerbegebiets grenzen, alle eingehalten. Der Vorteil, warum ich das mache, ist, dass der Zeitpunkt, wann jemand auf diesem Gewerbegebiet etwas errichtet, egal ist. Würde ich kein solches Lärmkontingent einführen, dann dürfte der Erste, der auf diesem Gewerbegebiet etwas errichtet, die maximalen Grenzwerte im Umfeld an der schutzbedürftigen Bebauung ausnutzen. Und jeder, der später kommt, hätte weniger Lärm zur Verfügung, weil er die zulässigen Grenzwerte nicht weiter überschreiten darf. Das ist natürlich eine sehr starke Ungleichgewichtung, die dazu führt, dass Grundstücke auch im Wert verlieren. Und um das auszuschließen und auch um eine Dynamik zu ermöglichen, wird bei heutiger Bauleitplanung gerne auf dieses Instrument der Lärmkontingentierung zurückgegriffen. Das hat ein paar juristische Einschränkungen, die Sie hier nachlesen können. Für uns als Emissionsschutzingenieurinnen und Ingenieure ist es aber dennoch ein gängiges Instrument, dass ich nämlich eine Flächenschallquelle letzten Endes aufs gesamte Gewerbegebiet aufbringe und untersuche, wie laut darf diese Flächenschallquelle sein. Das können wir später auch in Katna machen, in dem EDV-Programm, was wir verwenden, um so das Lärmkontingent zu ermitteln. Lesen Sie es durch und auch dazu gibt es eine kleine Aufgabe, die Sie hier sehen, eine fiktive Aufgabe. Es ist nicht ernsthaft vorgesehen, hier ein Gewerbegebiet zu errichten. Meine Bitte wäre jetzt, dass Sie einfach mal untersuchen und Sie müssen dabei auch vereinfachende Annahmen treffen, welche zulässigen Emissionskontingente auf diesem fiktiven Gewerbegrundstück möglich wären und sollen dann auch eine Einschätzung vornehmen, ob das viel ist, ob das wenig ist. Sie dürfen dazu natürlich auch diese Richtwerte verwenden aus der 18005. Also überlegen Sie sich einfach mal aus planerischer Sicht, das geht auch insbesondere an die Studierenden des Umwelt-, Wasser- und Infrastrukturmanagements, einfach aus planerischer Sicht zu überlegen, was ist da möglich, macht das Sinn, muss ich weitere Maßnahmen ergreifen und so weiter. So, das war der Einstieg im Kapitel B1. Wir werden dann beim nächsten Mal darüber sprechen, werden wir sehr viel konkreter werden und verbindlicher. Da geht es nämlich dann um die Gewerbelärmschutzverordnung, die TA-Lärm. Und das ist die erste konkretisierende Verordnung zum Bundesemissionsschutzgesetz. Das ist also tatsächlich, hat Rechtscharakter, das, was wir uns dann ab nächstem Mal angucken. Und das ist dann eine Nachweisvorschrift. Also damit führe ich letzten Endes auch den emissionsrechtlichen Nachweis. Bis dahin würde ich mir wünschen, dass Sie sich einige dieser Aufgaben mal anschauen, sodass wir dann das nächste Mal auch darüber diskutieren können und Sie merken, welche Schwierigkeiten vielleicht dadurch entstehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss.